Willkommen zu der allerersten Folge Technik2Go. Das ist ein neuer Podcast, ein neuer Technik-Podcast. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich stelle euch ganz kurz den Podcast vor oder meine Gedanken dahinter. Und danach fangen wir auch schon mit der allerersten Folge an. Kurz zu mir, ich bin Sam. Ich mache Videos auf YouTube, TikTok, Instagram und alle möglichen Plattformen. Hauptsächlich stelle ich Kurzvideos auf TikTok und da habe ich auch eine Reichweite von ca. 58.000, 59.000 um diesen Dreh. Also irgendwas mit ca. 60.000 Byte hoffentlich. Auf YouTube habe ich momentan aktuell ca. 20.000 und auf Instagram sind es auch ein paar Tausend. Ich mache Videos über Technik, hauptsächlich beschäftige ich mich mit Smartphones und bei Smartphones beschäftige ich mich dann hauptsächlich mit iPhones, weil ich selber auch ein iPhone habe und ein iPhone-Nutzer bin. Ich nutze aber auch nebenbei. Hier kann ich ganz kurz zeigen, auch andere Android-Handys, die ich hier habe. Sei es ein Samsung, Google Pixel, Xiaomi und alles mögliche. Und darüber gibt es auch jede Menge Videos auf meinem Kanal. Aber hauptsächlich geht es dann doch schon viel um Apple, Apple Tricks und um das Apple-Ökosystem. Ich bin auch ein Mac-Nutzer, das heißt, ich bin in dem Goldenen Käfig gefangen. Aber dazu später dann irgendwann noch mehr. Genau. Ich bin aktuell noch am Studieren neben meinen Social Media Kanälen und Social Media Videos. Und ja, das ist jetzt mein, sag ich mal, drittes Projekt neben dem Studium, Social Media Videos. Möchte ich diesen Podcast hier aufziehen. Und ich hatte schon vorher viele Podcasts, aber das ging halt immer um Wirtschaft etc. Ich halte es für sinnvoll, wenn ich hier Videos über Technik mache, beziehungsweise einen Technik-Podcast mache, weil am Ende des Tages ich halt auch die ganze Zeit mich mit Technik beschäftige und Videos über Technik mache. Daher fand ich es sinnvoll, diesen Podcast zu starten. Worum wird es hier in den Podcast gehen? Ich habe vor, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich bin euch ehrlich, aber ganz grob würde ich sagen, dass wir hier hauptsächlich über Technik-News reden, über aktuelle Themen. Da passiert ja zum Glück jede Menge. Also da hört es auf jeden Fall nicht auf. Und jetzt mit der neuen KI-Ära, da gibt es auch genug News, worüber wir uns hier unterhalten können. Und der Podcast ist für alle Technik interessiert. Und es wird auch nicht irgendwie viel zu tief in IT reingehen, in Informatik etc. Ich studiere selber Wirtschaftsinformatik, aber wir werden niemals zu tief gehen. Wir werden auf der ganz, auf der Oberfläche bleiben und die Sachen besprechen, die man alltäglich, mit denen man alltäglich zu tun hat. Genau, und da wird es auch hauptsächlich um Technik-News gehen. Ich werde aber auch gerne hier Gäste haben von Technik-Unternehmen, eben deutschen Unternehmen, Tech-Startups etc. Coole Gäste, coole Unternehmen, mit denen wir dann hier gemeinsam reden können. Und ja, das Ganze wird sich jetzt über die Zeit bilden. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Podcast an. In der ersten Folge werden wir drei Themen ansprechen. Ich habe mir die hier rausgesucht, hier ist mein MacBook, wenn ich ab und zu mal da hingucke. Verzeiht es mir, aber ich glaube, die meisten werden sich sowieso den Podcast noch anhören. Genau, ich zeige euch mal die Themen. Wir haben als allererstes das Huawei-Smartphone, was jetzt hier im September in China gelauncht wurde. Das neue Huawei Mate XT Ultimate. Das ist ein krasser Name, aber für euch alle da draußen, wir nennen es irgendwie Treefold. Das ist das erste Thema, da werden wir nochmal drüber sprechen, was das alles kann und warum das wirklich eine krasse Revolution ist. Als nächstes werden wir hier über Epic AI reden. Das hat mich sehr, sehr interessiert und damit beschäftige ich mich aktuell sehr viel, wann halt dieses KI-Stuff zu uns nach Deutschland kommt oder wann überhaupt Apple die Sachen vorstellt, die haben ja bis jetzt nichts vorgestellt von deren KI-Versprechen. Das ist Thema Nummer zwei. Und Thema Nummer drei ist, dass wir vor kurzem, erst am 10. Oktober, hatten wir das Tesla-Event, wo uns Elon Musk mit ein paar niceen Produkten beschenkt hat. Und die gucken wir uns auch an. Und ich habe auch hier noch einen Timer laufen. Und genau, die Folgen werden circa 30 Minuten dauern. Und heute haben wir eben fünf Minuten mit der Einleitung verbracht. Aber ab der nächsten Folge fangen wir direkt an. Also die Folgen werden unter 30 Minuten sein, aber nicht über 30 Minuten sein. Und optimal ist halt immer 30 Minuten. Ich finde, das ist eine perfekte Länge. Vielleicht macht es in der Zukunft noch weniger, aber nicht mehr, weil wir leben in einer so schnelllebigen Welt und da interessiert niemand ein Podcast, was so lange dauert. Genau, fangen wir mit dem Huawei Mate XT Ultimate an. Also das ist schon ein krasser Name. Aber es ist irgendwie unter Trefold bekannt. Huawei Trefold, so habe ich es auch gegoogelt. Ich kannte den Namen nicht. Es ist ein krasses Smartphone. Es ist wirklich ein krasses Smartphone. Es ist Smartphone-Tablet. Wir hatten ja die Foldable Smartphones. Davon habe ich auch einige getestet. Und intensiv habe ich das Pixel Fold der ersten Generation habe ich für eine Zeit getestet. Das war wirklich ein Top-Smartphone. Also, was heißt Top-Smartphone? Das war für die Zeit, war okay. Das war das erste Produkt von Google. Aber mittlerweile haben die ja weitere Produkte. Und ich habe einige getestet. Und ich muss sagen, die sind zwar schön und gut, die sind wirklich nicht schlecht, aber am Ende des Tages macht man doch irgendwo Kompromisse. Sei es der Preis, sei es die Akkulaufzeit, die stört mich halt auch bei solchen Tablets. Das verbraucht halt viel. Und das Gewicht ist auch ein bisschen, sag ich mal, die aktuelleren feindbaren Smartphones, die sind noch okay vom Gewicht her. Die sind schon auf einer Höhlenlinie wie beim Smartphone, wie bei den Smartphones. Aber nichtsdestotrotz sind die schwer. Und ich würde auch gerne Tablet-Modus nutzen. Und da verbraucht das Ganze schon viel Akku, wenn man sich überlegt, dass das wirklich ein Tablet ist halt. Und das Display ist groß. Das Ganze verbraucht schon Akku. Aber wir haben uns, sag ich mal, wir sind einen sehr weiten Weg gekommen. Die Tablets, die Foldables sind wirklich gut. Und jetzt hat sich vorbei gedacht, hey, das ist schön und gut. Wisst ihr was? Wir machen eins mit drei Displays. Insane. Es ist wirklich insane. Ich kann euch mal sagen, wie groß das Ganze ist. Es ist 10,2 Inch groß. Also 10,2 Zoll. Zu vergleich, das iPad Air von 2024 ist ca. 11 Zoll groß. Das ist schon krass. Ich glaube, das war 11 Zoll. Das ist schon krass. Also ihr habt wirklich ein Tablet. Das ist schon heftig. Ich will das mal gerne in der Hand haben. Ich will es mal gerne nutzen. Und ich hoffe, ich bekomme mal irgendwann die Chance, das Ganze zu machen. Dann wird es auch dazu auf jeden Fall ein Video geben. Aber genau. Es ist krass. Also die Akkulaufzeit ist bestimmt schlecht. Das kann man schon im Vorhinein sagen. So ein Riesenteil frisst auch viel Akku. Und ich habe hier die Specs offen. Also die Spezifikation zu dem Smartphone. Wir nennen es mal Smartphone. Weil ich glaube, viele werden das im Smartphone Mode die meiste Zeit nutzen. Und dann nur, wenn man sich halt Filme anguckt oder was ganz Großes liest oder irgendwas macht, dann wird man sich auf jeden Fall das Ganze zu einem Tablet machen. Und zum Akku. Wir haben hier 5600 mAh und das sieht man schon. Das sieht man schon, dass man 5000 bei normalen Smartphones hat. und die haben nur ein Display. Und das hat halt hier drei Displays und da hat man 5600. Also 600 mAh mehr. Und dafür halt zwei Displays dazu. Das krasse ist aber, dass das Gerät wirklich high-end ist sonst. Also es ist wirklich high-end. Ich kann euch mal ein paar Specs lesen. Alleine zum Beispiel, dass man das mit 66 Watt mit Kabel aufladen kann. Heftig. 66 Watt haben manchmal iPhone, Samsung usw. und die können das einfach in so einem dreifach, zweifach. Genau, so kommen wir auch zu einem Namen auch direkt. Viele sagen Trifold, aber das faltet man eigentlich nur zweimal auf. Einmal faltet man das so und dann faltet man das nochmal auf. Also das faltet man zweimal auf. Aber Trifold hört sich cool an, weil es irgendwie drei Displays hat und irgendwo das zusammenhängt. Aber eigentlich faltet man das nur zweimal auf. Komisch. Aber nichtsdestotrotz, die Videos gingen auf Instagram, auf TikTok komplett viral. Also wirklich. Und das kam auch zu der Zeit raus, als die, genau hier können wir es mal sehen, am 20. September und die iPhones wurden eine Woche vorher vorgestellt. Und das war schon krass. Da haben sich die Leute dann gedacht, ey, guck mal, was hier Apple die ganze Zeit vorstellt, was die iPhones da rauskommt, dass man nur einen Button dazu bekommt und guck mal, was die Chinesen hier alles krasses zaubern. Und ja, das ist schon, das ist schon krass. Genau. 66 Watt mit Kabel und 50 Watt Wireless. Fragt mich nicht, wie die da noch Wireless Charging reingepackt haben, aber die haben es irgendwie reingepackt. Und 50 Watt. Also 50 Watt für die, die es jetzt nicht so auskennen, das ist schon sehr krass, was Wireless Charging angeht. Also Xiaomi und so weiter, die haben es noch krasser gemacht, aber das ist schon wirklich top. Sehr, 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 sehr top. Insane. Kommen wir mal zu der Kamera. Die Kamera ist auch perfekt. Also guckt euch das Video von MKBHD an. Der hat letztens dazu ein Review, Strich Strich Einleitungsvideo, also Introduction Video gemacht. Und Kamera ist krank. Also Kamera ist wirklich gut. Das, was sie da reingepackt haben. Und wir haben hier noch 16 GB RAM. Wir haben den Kirin 910 als Chip. Und genau, man kann das bis 1 TB mit Speicherplatz auswählen. Das ist schon krass. Also Specs, was die Chinesen hier gemacht haben, was Huawei hier gemacht hat, das ist schon wirklich over the top. Und man muss sagen, ich glaube, so das Huawei Mate X wird, oder das Huawei Trifold, wird die Zukunft sein. Ich glaube, fightbare Smartphones gehen immer mehr Richtung Mainstream. Und vor allem die Flip-Smartphones, die sind richtig cool. sind auch extrem nice. Aber wir haben es geschafft von solchen klobigen, fightbaren Smartphones, die die ganze Zeit Fehler hatten. Also Samsung hat die ersten ja vorgestellt oder Mainstream gemacht. Und die waren wirklich nicht gut. Aber wir sind jetzt ein paar Jahre später. Und mittlerweile sind die richtig gut. Sei es die von Owner Magic, Fold 3 und was weiß ich was. Top, wirklich top. Oder auch von OnePlus. Und jetzt mittlerweile Google hat es auch richtig gut hinbekommen. Wirklich top. Und ich glaube, das wird in der Zukunft so weitergehen, der Trend, dass man einfach ein hybrides Smartphone hat, was man auch gleichzeitig in einem Tablet verwandeln kann. Das einzige Problem, was mir optisch nicht so gefällt bei den fightbaren Smartphones, ist, dass man das Ganze, dass man in der Mitte diesen, in Englisch nennen, das Crease, dass man das noch sehen kann. Also die Wölbung zwischen den Displays, dass man das noch sehen und spüren kann. Aber ich glaube, das bekommt man auch in der Zukunft weg. Und Huawei hat hier einen geisteskrankten Job gemacht. Das ist schon wirklich nicht ohne. Ich hole mir mal ganz kurz was zu trinken. Ich bin voll im Video-Modus. Ich muss mich mal ein bisschen entspannen, weil ja, ein Podcast ist ja ein bisschen chilliger und da kann man auf jeden Fall sich ein bisschen entspannen, ein bisschen ruhiger werden. Genau, und in den Videos, da redet man ja die ganze Zeit über. Ich habe auch jetzt, ich habe auch Anstrengungen, sage ich mal, so laut zu reden und so schnell zu reden. Genau, ich komme ein bisschen runter, weil das ist schon krass, 30 Minuten lang die ganze Zeit zu reden. Aber wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. und ab der nächsten Folge wird auch ein Gast bei mir sein und wir werden die Folgen vielleicht, ein paar Folgen werden wir auf jeden Fall zusammendrehen und das wird alles sich noch, das wird noch alles auf jeden Fall. Kommen wir mal, genau, das Huawei T4, ein extrem krasses Smartphone mit krassen Specs und das wird die Zukunft sein, weil sehr viele Leute, für sehr viele Leute ist es perfekt, ein hybrides Smartphone zu haben, was man als normales Smartphone nutzen kann und was man auch als ein riesen Tablet nutzen kann und ganz ehrlich, wenn man am Ende eine Smartphone-Dicke erreicht, welches genauso dick wie bei unseren normalen Smartphones ist und dafür auch ein Tablet hat in seiner Hand, warum sollte man das nicht kaufen anstatt ein stinknormales iPhone oder stinknormales Smartphone. Genau, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar zu Apple Intelligence. Genau, dazu habe ich auch vorhin ein TikTok-Video aufgenommen und das wird irgendwann in den Tagen rauskommen, aber genau, Apple Intelligence, für die, die es nicht kennen, Apple hat bei der WWDC, das war glaube ich im Juni, ja im Juni war das, die haben bei der WWDC haben die Apple Intelligence vorgestellt, AI, geiles, Branding ist wirklich, das war wirklich richtig gut, ne, AI, Apple Intelligence, super gemacht, also Apple, Chapeau, egal wer bei euch im Marketing sitzt, der hat das richtig gemacht und ja, diejenigen, die bei euch im Marketing sitzen, ich glaube, die haben auch ein bisschen übertrieben, weil die haben sehr, sehr vieles versprochen, extrem vieles versprochen und die haben es auch so gezeigt, okay, ey Leute, das kommt, das kommt mit dem iPhone 16 Modell, das kommt, wir haben uns riesig drauf gefreut und ich weiß nicht, wie lange wir jetzt, es ist jetzt über einen Monat her, dass wir nichts von Apple Intelligence gesehen haben und alle warten da drauf, also ein Monat seitdem das iPhone 16 vorgestellt wurde, versteht ihr, was ich meine? Und seitdem die Keynote, die WWDC stattgefunden hat, sind es jetzt mehrere Monate, vier Monate oder sowas, das ist schon crazy, sowas kennt man eigentlich von Apple nicht, beziehungsweise nicht in dieser Art und Weise, wie krass das gerade ausgeartet ist, dass sie etwas vorstellen und dann nichts liefern, da sagen die ja, okay, machen wir nichts. Ich habe heute mir das Video von dem Wall Street Journal angeguckt, da hat die Reporterin mit Craig geredet, der Craig, der Typ, für die, die es nicht kennen, der arbeitet bei Apple und der ist für die Software zuständig und der wurde halt gefragt, Leute, wo es Apple Intelligent sind und er meinte so viel wie, ja, wir müssen noch ein bisschen warten, das kommt noch alles, wir müssen auf die Sicherheit, die Sicherheit gut machen und, 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 Datenschutz etc. und, da denke ich mir, Leute, macht das doch im Vorhinein, klärt das doch schon ab, versteht was ich meine, man muss auch wissen, ich habe einmal gelesen bis jetzt, dass die Nachfrage nach den iPhone 16 Modellen gerade am senken ist, weil die Leute keinen Bock mehr haben, so kleine Änderungen in Kauf zu nehmen, versteht was ich meine, also bei dem iPhone 16 hat sich ja, iPhone 16 Pro hat sich ja wirklich sehr minimal wenig verändert, wir haben einen neuen Knopf bekommen und dieser Knopf ist halt wirklich sehr sehr unnötig, extrem unnötig dieser Knopf, ne, ihr habt das jetzt von so vielen gehört, die ein iPhone hatten, ihr habt es auch selber genutzt, das iPhone, hat es oft in der Hand und unnötig, 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 unnötig und das Einzige, wofür man es nutzen kann, ist halt, dass man die Kamera App damit öffnet und ihr müsst euch vorstellen, das kann man noch auf andere 5000er Art und Weise die Kamera App öffnen, dazu braucht man jetzt keinen extra Knopf, genauso wie der Action Button, ihr habt das iPhone 15 Pro, womit ich auch gerade filme, ich nutze das wirklich nur als Taschenlampe und ja, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass wir wieder rückwärts gehen und Knöpfe und so weiter hinzufügen zu den iPhones für ganz normale Sachen, der Gedanke von Apple war wirklich sehr sehr schlecht und die Pro Smartphones, ja, man sagt, ja, das ist für Pro Nutzer, für Fotograf und für Videografen, für irgendwelche Pro Nutzer, aber ganz ehrlich, so viele Leute haben ein iPhone Pro und sind keine Pro User, sind ganz stinknormale User, die sich nur TikTok Videos und so weiter angucken und deswegen sehr schade, dass das so lange dauert, Ende Oktober soll aber schon die neue Serie kommen, darauf freuen wir uns extrem, ich hoffe, die neue Serie wird gut, haben die auch wieder sehr vieles versprochen, mal gucken, wie viele davon umsetzen können, wie viele nicht, das ist ja immer so eine Sache und ja, ich bin absolut gespannt, genau, bei der Keynote wurde auch noch zu dem gesagt, dass nicht alle Länder das Ganze bekommen, da waren irgendwie die USA wird das als allererstes bekommen und dann kamen irgendwie vier oder fünf Länder noch dazu, da stand leider damals kein Deutschland, aber mittlerweile hat das Produkt, genau, der Vizepräsident für weltweites Produktmarketing, Bob Broacher heißt er, der hat das dann, also in Deutschland war bestätigt, dass es auch nach Deutschland kommen wird und er meinte, dass die Liste unvollständig war, ich denke, die haben bestimmt ein paar Probleme mit der EU da beseitigt oder geregelt und ja, die Kommunikation ist wirklich da nicht so offen, warum die das Ganze jetzt doch hier in Deutschland anbieten, was sie überhaupt in Deutschland anbieten, also da ist es wirklich sehr, sehr, sehr geheim, aber man kann so gut sagen, wie dass die die Apple-KI-Sachen werden nacheinander kommen, also die werden nicht auf einmal alle vorgestellt, was Apple uns bei ihren Events vorgestellt hat, die werden immer mit einem Update rauskommen, immer mit kleineren Schritten, als allererstes bekommt man die neue Siri, ganz ehrlich, das ist schon ein ordentliches Upgrade, also auf Siri freue ich mich auf jeden Fall, ihr habt zum Glück das iPhone 15 Pro, ich werde nicht zum 16 Pro wechseln, weil das macht gar keinen Sinn für mich, es ist wirklich so minimal, absolut minimal, der Upgrade von iPhone 14 auf das iPhone 15, das war schon krass, das war schon wirklich krass, mit USB-C, mit ProRes und mit dem neuen Design, neuer Akkutechnologie, ist es ein bisschen leichter geworden, also es war wirklich ein Riesen-Upgrade, aber dieses Jahr ist es wirklich so minimal, ich werde mir auf jeden Fall nicht das iPhone 16 Pro holen, da warte ich lieber auf das iPhone 17 Pro, aber genau, das iPhone 15 Pro bekommt auch Apple Intelligence, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max, all diese Geräte bekommen Apple Intelligence und mal gucken, aber mittlerweile, also ich bin wirklich sehr enttäuscht von Apple irgendwo, die haben es irgendwie jetzt nicht hinbekommen, das Ganze vorzustellen und die sind auch jetzt voll spät, ich meine, guck dich mal Google Smartphones an, oder Meta, was da alles mit ihrer Brille und so weiter vorstellen, das ist schon krass, wie weit die mit KI gekommen sind und Apple ist auf jeden Fall, bildet auf jeden Fall das Schlusslicht, aber mal gucken, wie lange das dauert, so wir haben noch 10 Minuten und da können wir jetzt gerne über die neuen Tesla Autos, Tesla Autos von Elon Musk reden, beziehungsweise das Tesla Event, das war am 10. Oktober und ja, fangen wir mal damit an, dass das Event wirklich sehr gut ablief, also es war wirklich reibungslos, es kam zu keinen Unfällen, keinen Problemen, es war super, man muss aber sagen, dass es wirklich sehr, sehr gestellt war, fangen wir überhaupt mit der Location an, die Location für das Tesla Event war ein Warner Bros. Studio in Kalifornien und ihr müsst euch vorstellen, die haben all das, was die Tesla Autos da gemacht haben, wie die da rumgefahren sind und so weiter, das war alles schon vorprogrammiert, das war jetzt nicht so, ok, da ist eine KI, die macht das jetzt alles, das war schon alles vorprogrammiert, natürlich, wenn da jemand vor dem Auto geht, natürlich wird es stoppen und so weiter, aber hauptsächlich war alles vorprogrammiert, genauso wie die Tesla Bots, nicht Tesla Bots, wie heißen die, die humanoiden Roboter, wie heißen die, ich habe jetzt den Namen vergessen, wir nennen die mal Tesla Bots, die waren Fake, also die waren da, die Tesla Bots, aber Optimus, so heißen die, genau, die Optimus waren Fake, die waren vor Ort, man konnte mit denen reden, mit denen sie sich unterhalten und die konnten Sachen nehmen und dir geben und Getränke und so weiter, das war alles Fake, das war alles gestellt, dahinter waren Menschen, Tesla Mitarbeiter, die das Ganze bedient haben, ihr müsst euch vorstellen, die Bewegungen und so weiter, die haben das in einem Video gezeigt, wie die das selber machen, versteht ihr was ich meine, dazu davon gibt es Videos, wie Tesla das Ganze zeigt, wie sie die Roboter von fern steuern können und auch wie die geredet haben, es gibt gar keine LLM auf der Welt, die so gut war, wie die bei dem Tesla Roboter, es gibt, sowas gibt es nicht, die waren viel zu schnell, viel zu gut, das waren Menschen, das war gestellt und das Event an sich war okay, es wurden drei Sachen vorgestellt, einmal der Cybercap, dann der Robo-Van, dann, ich vergesse immer seinen Namen, dieser Optimus, Optimus wurde auch nochmal vorgestellt, beziehungsweise eine neue Version, Variante oder ein Update wurde davon vorgestellt, fangen wir mit dem Cybercap an, der Cybercap soll ca. 30.000 Dollar kosten, es hat kein Lenkrad, es hat keine Pedalen, nichts, es hat nur ein Display in der Mitte und das war's und in diesem Display könnt ihr dann eintragen, wohin ihr fahren wollt und dann fährt euch dieser Tesla Cap, nicht Tesla Cap, der Cybercap fährt euch dann von A nach B, das ist extrem gruselig, extrem gruselig, ich denke, irgendwann wird es darauf hinauslaufen, versteht ihr das, ich meine, irgendwann wird es darauf hinauslaufen, beziehungsweise es gibt jetzt schon Projekte in Amerika, wo es selbstfahrende Autos gibt und das läuft schon gut, aber die haben halt ein Lenkrad, aber im Minis ist es ja das gleiche, ob du ein Lenkrad hast, vorne oder nicht, dann ist es ja irgendwo das gleiche, versteht ihr, was ich meine, aber das ist gruselig, ja, es gibt auch Filme, ich glaube, es gibt eine Serie, die heißt Upload, davon gab es nur eine Staffel, wo ein selbstfahrendes Auto, ja, gehackt wurde und dann ist der Fahrer halt in einem anderen Auto reingefahren, extra und ist dabei halt ums Leben gekommen, das ist schon gruselig, aber wir wollen jetzt nicht so weit gehen, weil das Ganze wird sich nicht durchsetzen, also der Cybercap sieht wirklich schön aus, das Design ist wirklich 10 von 10, das ist so eine Mischung aus dem Tesla-Modell S und einem Cybertruck, sieht wirklich schön aus, extrem schön und vor allem die goldene Farbe hat mir sehr, sehr gut gefallen, mal gucken, wann das vorgestellt wird, Elon Musk sagt, dass das ab 2026 erhältlich sein wird, du kannst dir dann für 30.000 Euro so ein Cybercap kaufen, du kannst nachts schlafen, was anderes machen und ein Cybercap kann für dich Leute von A nach B bringen, sich aufladen und bringt dir passives Einkommen ein, sehr, sehr, sehr futuristische Gedanken, ich glaube auf gar keinen Fall, dass das passieren wird, wir kennen Elon Musk, er verspricht dir das blaue Wunder, die ganze Zeit über da wird nichts passieren, über die nächsten Jahre wird da nichts von Elon Musk ansatzweise funktionieren, ich weiß, es ist sehr pessimistisch, ich hoffe, dass es funktioniert, weil am Ende des Tages, es ist gut für die Umwelt, es ist gut für die Menschen, es ist gut für die Infrastruktur, es ist super, aber wir leben leider nicht in so einer Welt und unsere Welt ist viel komplex, mal gucken, ob wir das mit KI irgendwann hinbekommen, aber genau, dann haben wir den Robo-Van, ja, da passen bis zu 20 Leute rein und, ja, das soll den Transport extrem günstig machen, mal gucken, mal gucken, wie das sein wird, es sieht mega hässlich aus, es ist wirklich das Gegenteil von dem Cybercap, der Cybercap sieht wirklich schön aus, mit all dem Design und so weiter, aber der Robo-Van sieht hässlich aus und die haben sich auch an dem Film, Film iRobot orientiert, beziehungsweise inspiriert, man sieht, dass, dass die zwei Fahrzeuge es auch dort gab und die haben auch das Event iRobot genannt, ja, genau, also die haben sich ein bisschen da orientiert, an dem Ganzen, Elon Musk, Elon Musk ist ja gerade heftig in der Kritik für seine Unterstützung, ähm, für Donald Trump, ähm, ich finde es auch sehr, sehr traurig, ähm, ich lasse jetzt Politik weg, aber ich finde es sehr, sehr traurig, dass er überhaupt in die Politik reingegangen ist, äh, er war nicht der Typ für Politik, äh, ich habe ihn früh auf jeden Fall extrem gefeiert, ähm, mit all dem Technik-Stuff, was er gemacht hat und was er ja auch immer noch macht, aber er geht halt immer mehr Richtung Politik und, äh, da gibt es nichts zu gewinnen in der Politik, also da kann man sich nur verbrennen und, äh, da frage ich mich, warum so ein schlauer Typ dahin geht und, äh, da sich irgendwie mitmicht, das hilft ihm irgendwie gar nicht, das sollen andere Leute machen, er soll einfach nur geile Produkte machen, er macht ja auch, er erzielt ja immer noch Erfolge mit, ähm, mit, äh, Starlink, Starship, äh, Neuralink und Tesla und alles mögliche, das ist ja schon krank und er ist ja immer noch der reichste Mensch der Welt, das ist heftig, ich verstehe nicht, wie Elon Musk da so abgedriftet ist, ich hoffe, ich hoffe, er kommt wieder aus dieser Politik-Bubble raus, ich hoffe, er kommt wieder in seiner technischen Welt und ich glaube, wenn er sich viel mehr auf seine, auf seine Babys, auf sein Unternehmen, äh, konzentriert, dann wird er viel, viel mehr und viel schneller vorankommen, aber, naja, mal gucken, wo das Ganze hingeht und mal gucken, wer da gewinnt und, äh, ja, ich glaube, wenn Trump verliert, hat Elon Musk auf die falsche Karte gesetzt und, ähm, ja, mal gucken, wie es dann Tesla und Neuralink und Starship und alles mögliche Unternehmen von Elon Musk dann gehen wird, aber ich glaube, die Zukunft sieht dann für Elon Musk nicht so rosig aus, aber auf der anderen Seite, falls Trump gewinnt, dann sieht die Zukunft für Elon Musk richtig gut aus, weil dann bekommt er, oder kommt er in die Positionen rein, wo er Regularien für Elektroautos und, ähm, für Umwelt und für Raketen und so weiter selbst gestalten kann, das ist schon sehr korrupt, aber das kann er dann machen und, äh, ja, mal gucken, ne, ob er auf die richtige Karte gesetzt hat oder nicht, aber, ähm, genug von Politik und Elon Musk, ähm, ich hoffe, das Ganze kommt, äh, ich hoffe, das Ganze wird in der Zukunft so passieren, weil alleine Tesla hat schon so viel Gutes auf der Welt bewirkt, ne, wie viel CO2 wir dadurch gespart haben, beziehungsweise der Umwelt hat es auf jeden Fall gut getan und allgemein, dass so viele Unternehmen jetzt den Sprung machen von Verbrenner auf Elektroautos, ich weiß, ein Elektroauto kommt auch mit einem riesen, äh, Rucksack daher, mit sehr viel CO2 und die brauchen auch sehr lange Zeit, bis sie es weg haben, aber irgendwann werden CO2 neutral und dann läuft es auch wirklich super, ich habe da auch auf jeden Fall einen spannenden Gast, äh, den werde ich auch auf jeden Fall fragen, ob er mir zu dem Thema mehr erzählen kann, den kennt ihr wirklich alle, der ist sehr, sehr, sehr bekannt und beschäftigt sich aktuell mit Elektroautos und so weiter, den werde ich auf jeden Fall holen, der hat mal auch über Elon Musk ein Buch geschrieben, den werde ich gerne im Podcast haben und mit ihm dann das Ganze besprechen, vielleicht könnt ihr auch Fragen einfach in die Kommentare stellen, genau, das war es jetzt mit der Podcast-Folge, ich sehe hier auf meinem, äh, Timer, dass wir noch genau 50 Sekunden jetzt haben, nochmal abschließende, äh, Wörter, Worte, genau, ich werde viele Fehler machen, äh, weil ich nicht hier in Deutschland geboren bin, Deutsch nicht meine Muttersprache ist, Deutsch ist, glaube ich, meine vierte Sprache, nach, äh, Dari, Pashtu, Englisch und, ähm, dann kommt Deutsch, Deutsch ist die vierte Sprache, also verzeiht mir, wenn ich da ein paar Fehler mache, aber ich gebe mein Bestes und, ähm, ich gebe mein Bestes und ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt, einigermaßen, genau, lasst mir gerne ein Feedback da, in den Kommentaren, lasst mir gerne, ähm, schreibt gerne etwas Nettes, schreibt gerne, was sich bei der nächsten Folge ändern kann, ähm, und diskutiert auch gerne in den Kommentaren und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal und bleibt gespannt und eure Vorschläge könnt ihr gerne in die Kommentare fragen. Der Timer hat auch geklingelt. Der Timer hat auch geklingelt.